Und es funktioniert wirklich gut. Ein Tipp noch, nach dem Trocknen nochmal kurz drüber bügeln und dann hält es wirklich auch selbst. Wenn ich jetzt hier drüber bügele, würde ich aber ein Tuch dazwischen tun. Genau, würde ich empfehlen. Also entfindlichen Kostbahn oder von der Rückseite. Aber ein dünnes Tuch drüber ist ein sehr guter Tipp.